Wir haben einen neuen Führer, was diese Zahlen angeht. Die USA haben es geschafft! Und Tino, schimmelst du schon in deiner Quarantäne? Noch schimmel ich nicht, aber das Duppapier, das wird langsam schwierig. Geht zur Neige, ja. Also Franz hat mir gerade erst ein neues mitgebracht. Oh, hast du es gut. Ich bin jetzt im Juni. Ich höre gerade, wir haben auch noch vier Rollen, aber ich war einkaufen vor ein paar Tagen und da war nichts mehr da. Du hörst das? Moment, Tino. Heißt das etwa, wir sind wirklich noch zu Hause und immer noch nicht bei Radiolotte? Wir sind noch zu Hause und sind vorerst nicht bei Radiolotte, nein. Ich weiß ja nicht, inwiefern hier Firmen interne gut zu besprechen sind. Ich weiß auch nicht. Aber da gab es ja den einen oder anderen Konflikt. Wollen wir das ansprechen, ja. Ja. Wir sind nämlich nicht aus Radiolotte rausgeflogen oder dürfen nicht rein, nein. Die haben Maschinengewehre da aufgebaut, einen Bohrgraben errichtet und ein Drache fliegt auch drum rum. Wir dürfen zwar rein, aber wir müssen durch so einen Spießrutenlauf. So ist das in Wahrheit. Genau, es ist ganz anders, ganz anders, als wir es dargestellt haben. Es tut uns sehr leid. Und Corona, Corona ist wirklich ganz sehr ernst, aber bitte keine Panik, Leute. Man darf keine Witze machen über Corona, das machen wir nicht mehr. Man darf überhaupt keine satirischen Sendungen machen. Nee. Ach nee, warte, das war jetzt wieder Quatsch, was ich gesagt habe. Das war jetzt wieder so ein... Das war Satire von dir. Wir dürfen das schonen. Richtig, das war Satire von dir. Und die ist sehr gefährlich. Genau. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer bei Brennpunkt Internet. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Ja, wir sind vielleicht das letzte Mal ein bisschen angeeckt, was für mich etwas aus dem Nichts kam. Ja, für mich aber auch. Ähm, aber ja, so ist das hier. Und ich weiß gar nicht, warum so richtig. Also, wir sind noch angetreten als satirische Sendung und uns dann vorzuhalten, wir würden Quatsch erzählen in der Sendung. Das finde ich halt auch ein bisschen Quatsch. Was? Wir erzählen Quatsch? Ja, angeblich. Hm. Naja, also, ein großer Spaß. Wir sind ja jetzt hier schon bereits ein Jahr bei Radiolotte. Stimmt. Und vielleicht ist es auch langsam einfach, wir haben es übertrieben. Wir sind so professionell, wir sagen Ems, wir schmatzen in der Sendung. Warte, ich habe hier einen Apfel vorliegen. Warte kurz. Geil. Hm. Hm. Das schmeckt. Und ich hatte gerade Schokolade. Hm. Hättest du dir mal für die Sendung aufgehoben. Ach, schade. Also, Leute, liebe Zuhörer, ZuhörerInnen, wie Tino sagen würde. Bleh. Ähm. Ähm. Auch die Frauen sind wirklich bei mir. Eloquenz. Nein, Leute, wir sind Brennpunkt Internet. Wir befassen uns natürlich mit den Geschehnissen der letzten Woche. Und auch diese Woche tun wir das wieder. Und meine Güte, ist da viel los. Obwohl keiner raus darf, passiert sehr viel. Ja. Wir haben im Vorgespräch überlegt, ob wir vielleicht einfach eine Corona-freie Folge machen. Vielleicht machen wir das die Tage mal. Sprich, die nächsten Wochen. Aber aktuell kommt man nicht drum rum. Es tut mir leid, liebe Zuhörer. Wenn es euch aus den Ohren raushängt, wie, ähm. Ohrenschmalz. Ohrenschmalz. Ja. Äh. Dann kann ich auch nicht anders, ne. Es ist halt so. Wollen wir denn erst über Corona reden? Und wollen wir erst über die ganzen anderen Sachen reden, die passiert sind? Ja, ich würde sagen, wir haken jetzt alle Corona-Themen ab am Anfang. Und dann können wir sagen, jetzt ist gut. Jetzt reden wir über Sachen, die nichts mit diesem Virus zu tun haben. Mit der Fledermaus, Suppenseuche. Also erstmal eine Breaking News. Aber, also sobald die Sendung ausgestrahlt wird, wenn sie denn ausgestrahlt wird, ist sie keine Breaking News mehr. Boris Johnson. Positiv für Corona getestet. Auf Corona getestet. Die Briten. Und er ist nicht der Einzige, ne. Er ist nicht der Einzige, selbst Prinz Charles. Prinz Charles, der alte Herr. Wird seine Mutter ihren Sohn überleben? Ich habe schon bösartige Memes gesehen, ähm. Mit Prinz Charles neben einem zugedeckten Sarg. Mit Rest in Peace. Ist, sind die Leute zu voreilig? Ich glaube, ja. Vermutlich. Aber es gab jetzt noch kein berühmter, also es gab einige, so Tom Hanks und so, einige sehr berühmte Leute, die es hatten. Aber es gab jetzt nicht wirklich bis jetzt einen berühmten Corona-Toten, oder? Ne, ne, noch nicht bisher. Aber es gab sogar einen, der über 100 Jahre alt ist, der geheilt worden ist von Corona. Ja, habe ich auch gesehen, so eine, auch so eine 95-jährige Oma in Italien hat es auch geschafft. Also es sterben dann doch nicht alle alten Leute. Ja, ne, da waren unsere Erwartungen zu hoch. Tatsächlich. Aber Corona ist trotzdem ernst. Aber keine Panik, Leute. Disclaimer. Wir sind im Radio. Wir müssen hier alles genau so sagen, wie es ist. Ja, sind wir im Radio, ist die Frage. Ich bin sehr gespannt, ob wir noch laufen dürfen. Oh, es tut mir leid, ich brülle die ganze Zeit übelst laut, weil ich das Gefühl habe, ich müsste hier in mein Handy reinbrüllen. Ich rede nämlich mit Tino übers Mobiltelefon. Ich versuche, mich jetzt etwas zu zügeln, liebe Leute. Ich werde jetzt einfach mal meine Radiostimme aufsetzen. Und dann werden wir hier ganz professionell über die Themen, die sich in der Welt gerade so aus dem Äther blasen lassen, reden. Und da gab es mannigfaltig. Aber weißt du noch, als wir letztes Jahr gesagt haben, dass die Queen sterben wird in dem Jahr? Und es nicht passiert ist? Das stimmt, ja. Meinst du, es ist so ein zeitverzögertes Ding gewesen? Hat man das gerade gehört? Bei mir ist gerade was aufgeploppt. Sorry, Leute. Sorry. Es war so geil, ich habe es nochmal gemacht. Geil. Okay. Professionalität im Radio. Eventuell. Ansonsten weicht auf unseren Podcast aus. Spotify, Soundcloud, YouTube. Wir sind überall zu hören. Brennpunkt Hörerwunsch ist auch in der Röhre, liebe Leute. Und ihr könnt auch gerne einen neuen bestellen. Gar kein Problem. Für 20 Dollar könnt ihr euch ein Thema ausrufen. Für eine Stunde reden wir über alles. 20 Dollar. Tino, bist du so ein Fuchs, dass du weißt, dass der Dollar gerade ein bisschen höher ist und sagst, ey, mach mal Dollar statt Euro. Genau, das war meine Intention. Ja gut, also Prinz Charles. Schön. Ich habe da ein Video gesehen, wie er noch vor wenigen Wochen so irgendwie, ich weiß nicht, ob er wirklich sich einen Spaß draus gemacht hat oder ob es eher so alte Leute, die sich halt so ein bisschen komisch verhalten. Also er hat so Leuten die Hand hingestreckt und ist dann so zurückgezuckt. Weißt du wie? Ah. So auf so einer Art roten Teppich oder so waren da so ein paar Leute. Aber vor seiner Diagnose. Genau. Und das ist halt jetzt ein bisschen schlecht gealtert, dieses Video. Ja, schlecht. Ja. Ja, aber auf jeden Fall Boris Johnson wird er der Erste. Also es gab ja noch die Meldung, dass Bolsonaro auch Corona hat, aber er streitet es ja vehement ab. Ansonsten ist Boris Johnson jetzt wirklich der erste offizielle Regierungschef, der bestätigt ist, oder? Bis jetzt ja. Ich weiß nicht, ob Friedrich Merz auch in der Regierung sitzt. Keine Ahnung. Nein, der zählt ja nicht. Ach so. Der ist so unbedeutend, meinst du? Ja. Ja, ich meine jetzt wirklich so ein hochrangiges Tier. Ach so, sowas wie Merkel zum Beispiel. Genau. So ein Tier. Merkel wiederum wurde ja bisher negativ getestet, obwohl sie sich in Quarantäne begeben hat. Das war auch noch nicht so das letzte Mal. Hm, stimmt. Das ist auch diese Woche passiert, beziehungsweise am Sonntag gab es ja nochmal so eine Pressekonferenz. Ich kann an dieser Stelle, wir haben das ja das letzte Mal gemacht, jetzt könnt ihr vergleichen, ich gebe mal die aktuellen Zahlen durch. Wir haben weltweit mittlerweile 546.790 bestätigte Fälle und 24.847 Todesfälle. Wir haben in Deutschland 45.000 bestätigte Fälle und jetzt kommt es, wir haben einen neuen Führer. Ach. Was diese Zahlen angeht. Die USA haben es geschafft. Sie sind auf Platz 1. Ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber sie haben China und Italien überholt. Gratulation Donald Trump. Sehr, sehr gut. Ich habe gestern gesehen, dass sie in Manhattan auch schon so richtige Ersatzleichenhallen bauen auf der Straße. Als Zelte. Ist das nicht gruselig? Manhattan ist also ganz New York, das ist eine einzige Katastrophe. Das ist der Hammer. Die stehen da in Schlangen, was halt auch total dämlich ist bei diesem ganzen Corona-Gelumpe, was in der Luft rumschwebt und im Hüsten. Die stehen in den Schlangen vor den Krankenhäusern und kommen nicht rein. Es ist unfassbar. Wie in der Disco. Ja, stimmt, die machen eine Garderoben-Kontrolle. Wenn du Jogginghose hast, kommst du nicht rein. Nicht mit denen Schuhen, Alter. So wie beim dreckigen Musikpark. Oh, davon hier, also ich meinte, der war an dem Tag nur nicht ganz so sauber. Der ist sonst, sonst stehe ich dem Musikpark vollkommen, komplett neutral gegenüber. Da kannst du lecken vom Fußboden. Da kannst du, tut das nicht. Wir müssen ja sagen, wie es ist. Wir dürfen hier nicht satirisch reden, Tino. Ihr dürft, wenn Corona vorbei ist, dürft ihr wieder im Musikpark den Boden ablecken. Aber so lange macht das vielleicht nicht. Der ist ja eh geschlossen, der Musikpark. Das ist aber so schade. Ja, wirklich. Ich kenne ja niemanden, der da zufällig nicht reingekommen ist, weil er eine kurze Hose anhatte und eigentlich super cool aussah. Und dann die Hose, also die kurze Hose hat reinnehmen lassen von einem Kumpel, sich dann eine andere Hose hat geben lassen, mit der anderen Hose rein ist und dann auf dem Dancefloor seine eigene Hose wieder angezogen hat. Ihr dämlichen, ich sag dazu nichts. Ich stehe dieser Sache komplett neutral gegenüber. Ich will ja hier kein Rufwort begehen. Das machen die natürlich schon vor Ort alleine. Die Person muss sehr gut aufpassen. Nicht, dass sie jetzt auch im Nachhinein rausfliegt. Oh nein. Ich darf nicht mehr in den Musikpark. Da würde meine Welt zusammenbrechen. Naja. Aber apropos die USA. Hast du gestern gesehen, wie Trump sich geäußert hat? Ey, das ist eine einzelne Katastrophe. Das ist so lächerlich. Zum einen will er ja bis Ostern, dass wieder alles normal läuft. Wegen seiner Economy. Und jetzt hat er gesagt, dass die Gouverneure der einzelnen Bundesstaaten müssen nett zu ihm sein, wenn sie Hilfe haben wollen. It's a two-way street, hat er gesagt. Und ich weiß nicht, auf was du jetzt genau raus wolltest, aber zuletzt kam die Meldung, dass er meint, es gäbe keinen Mangel an Beatmungsgeräten. Weil ja irgendwie 30.000, 40.000 werden gebraucht, hieß es. Gerade, ich glaube, alleine in New York war das. Und er so, das glaube ich nicht, das ist nicht so Panik, Panik, bla bla. Oder worauf wolltest du hinaus? Es geht um die Gesamtaussage, dass Trump fordert, dass die USA bald wieder in den Alltag zurückkehren. Ja. Und das Land müsste zurück an die Arbeit. Und das finde ich einfach dumm und gefährlich. Ich glaube halt, diese Person rafft nicht, dass es genauso schlecht für den Stockmarket ist, wenn plötzlich hunderttausende Leute sterben und die Krankenhäuser überfüllt sind. Da ist es egal, ob die Leute arbeiten oder nicht. Das Ding ist ja, dass er sich Angst hat vor der Wiederwahl, dass die gefährdet ist. Ja, ja, klar. Wenn die Wirtschaft schwach ist, dann ist es schwierig, wenn die Menschen alle wegsterben. Das ist sein Hauptargument immer gewesen, ne? Ja, ich denke auch. Und wenn die Menschen jetzt wegsterben, das ist wohl nicht so schlimm. Ja. Es ist wirklich unfassbar. Ja, wir werden sehen, wie sich das noch entwickelt. Aber, also, ich kann mir nicht vorstellen, erstmal, wir haben immer noch keine Toten in Amerika. Das sagt eigentlich auch alles. Die hätten viel früher testen müssen. Da sind garantiert schon Leute gestorben. Echt noch nicht? Nicht keine Toten, sorry, das habe ich jetzt verwechselt, keine genesenen Leute. Ja. Was ja auch kein Wunder ist, bei denen hier ein Gesundheitssystem. Ja, die denken sich, oh Gott, ich will lieber nicht gesund werden. Nicht bei den Preisen. Ja. Genau, und man kann doch nicht als Trump-Supporter sich das jetzt anschauen und sagen, okay, cool, wir sind jetzt weltweit Platz 1, was Corona-Fälle angeht. Trump macht alles richtig. Wir müssen es positiv sehen, das könnte jetzt eine Wiederwahl gefährden. Vielleicht wird es ja dann ja doch irgendwie Joe Biden oder so. Ja, also, so ein bisschen schlechtes Gewissen habe ich dabei, aber ich, also, so ein ganz kleines bisschen Schadenfreude habe ich halt wirklich bei dieser Scheiße. Damit die Amerikaner endlich mal raffen, wie beschissen dieses ganze Gesundheitssystem bei denen ist. Wie beschissen Trump ist. Alleine das, aber natürlich ist es super scheiße, dass da Leute sterben und alle übelst überfordert sind und die Krankenhäuser, die machen einen Backflip gerade in New York. Das ist unfassbar. Und die anderen Staaten sind ja nur leicht hinterher. Also, zum Beispiel Washington, Washington State, also über Kalifornien ist das. Das hat nichts mit der Stadt Washington zu tun. Da ist es auch sehr schlimm. Und die haben jetzt die Pressekonferenzen von Trump verboten, live auszustrahlen wegen Falschmeldungen. Ach, wie krass. Großartig. Das musst du auch erstmal schaffen, oder? Als Präsident. Wenn die Sender nicht mehr ausstrahlen wollen, wegen Fake News. Das ist unfassbar. Ja, ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Aber es, also langsam kommt es, glaube ich, auch in den Köpfen an. Und auch mich schlägt das jeden Tag mehr. Also, dieses Gefühl von, das ist in der gesamten Menschheitsgeschichte noch nie passiert, was gerade los ist. Also, mal abgesehen von, nein, 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 pass auf, ich weiß, was du meinst. Also, klar, es gab spanische Krippen, es gab, die vielen spanischen Krippen, es gab schon Pandemien und so, das meine ich nicht. Aber diesen kompletten, dieser Shutdown auf der ganzen Welt, also fast auf der ganzen Welt, dass irgendwie überall Stillstand ist, das gab es so noch nicht. Ja, in der modernen zivilisierten Gesellschaft, wo jetzt endlich mal den Leuten gezeigt wird, welche Berufe eigentlich wichtig sind und welche nicht. Ja. Und ich muss sagen, ich habe auch so ein bisschen Angst, ich als unwichtiger Schauspieler. Genau das hatte ich auch im Stream als Thema. Genau das. Nicht, dass sie mich jetzt irgendwie zur Spargelernte schicken oder so. Na gut, das fände ich persönlich gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Ich schon. Aber mein Problem ist, ich will keinen Spargel ernten. Ich mag Spargel nicht. Das ist Ausländerarbeit. Ja. Habe ich nicht gesagt, es ist Satire. Ich habe gerade nicht Ja gesagt. Also, für mich ist aber das große Problem einfach, dass ich mir überlege, wenn wirklich alles krass zusammenbricht, weil aktuell ist ja noch entspannt, sage ich mal. Ja. Man merkt jetzt nicht so viel. Also klar, es gibt viele Leute, die das merken. Ich habe jetzt auch alleine in der Patreon-Unterstützergruppe hier in der Oase, hat einer gesagt, der aber auch irgendwie 1400 Euro Miete zahlen muss, dass es halt für ihn jetzt sehr problematisch wird. Und so viele gibt es ja auch, denen das ähnlich geht. Aber aktuell würde ich schon sagen, ist es noch halbwegs entspannt. Wenn aber die Langzeitfolgen richtig schlimm sind und wirklich quasi, dass alles irgendwie wieder aufgebaut werden muss, da ist das Letzte, was die Leute im Kopf haben, irgendwelche hässlichen YouTuber oder Twitch-Streamer zu unterstützen. Ja doch, die brauchen sie ja auch. Ich finde auch... Entertainment, das ist schon klar, aber man... Keine Frage, man will ja auch nach dem Spargel stechen, sich zu Hause hinsetzen und YouTube gucken. Und dann ins Theater gehen. Aber dann nimmt man vielleicht doch gratis Entertainment, statt irgendwie die Leute auch noch finanziell zu unterstützen. Naja, aber nach der Corona-Krise, die noch ein paar Monate anhalten wird, werden die Menschen alles gesehen haben, was auf Disney Plus ist, Netflix und so weiter, da muss ja auch neuer Content produziert werden. Oh, das wäre großartig. Und dann kommst du nicht ins Spiel. Dann kann ich wieder im Tatort spielen, du kannst wieder dein YouTube-Zeug machen. Geil, wir sind die Langzeit, äh, was auch immer. Ja, wir kommen wie die Helden in den ganzen Geschichten. Ja, erst sind wir verschwunden und da, wenn wir uns alle brauchen, kommen wir wieder und retten alle. Wir sind die Avengers der Unterhaltung. Muss man so sagen. Ja, großartig. Naja, ich hoffe, die Brennpunkt-Zuhörer bleiben uns gediegen. Ich hab auch ein Phänomen beobachtet, weltweit ist das, das ist jetzt nicht nur bei mir oder so, wahrscheinlich durch das Überangebot oder vielleicht auch durch sowas wie Disney Plus, was ja an den Start gegangen ist, ist überall jetzt ein bisschen weniger, äh, oh Gott, ich seh hier grad was, Circle Quiz. Ja, auch mich hat das Coronavirus erwischt und seit Dienstag weiß ich es offiziell. Circle Quiz, oh Gott, oh Gott, da war ich doch. Was ist mit dem? Breaking News, der hat Corona. Oh nein. Okay, ähm, was hab ich grad gesagt? Äh, ein Trend, den du beobachten kannst, nicht nur bei mir oder bei Light. Ach so, ja, dass, dass, dass überall weniger Aufrufe sind bei YouTube-Videos. Oh, okay. Also. Das ist komisch. Es ist nicht nur bei mir, auch bei anderen, also alle Kanäle, die ich verfolge, wenn ich da so auf den Kanal klicke, seh ich so jetzt wesentlich weniger Aufrufe als noch vor zwei, drei Wochen und ich weiß nicht, ob das das Überangebot ist, Disney Plus, all das, dass die Leute halt jetzt nur zu Hause sitzen und nur irgendwas schauen, ich weiß es nicht. Das kann schon sein, auch die ganzen Künstler und Musiker, die machen jetzt alle so Corona-Videos auf YouTube und so, das Angebot wird viel größer. Früher hat sich so ein bisschen verteilt, alle waren auf Tour, da waren die, haben Konzerte gegeben, die haben ein Album veröffentlicht, jetzt sitzen irgendwie alle zu Hause und auch die YouTuber und machen offenbar alle das Gleiche und machen keine großen Pausen. Das kann schon sein. Nicht alle machen das Gleiche, Tino, nicht alle, denn hier muss ich in die Bresche springen. Eine Sensation, die Meldung der Woche, Herr Newstime pausiert. Nein, hat er auch Corona? Nein, hat er nicht, er sagt einfach nur, es gibt in diesen Zeiten wichtigere Meldungen oder so, deswegen hält er sich jetzt zurück mit Larifari-YouTuber-Meldungen, da übernehmen wir das einfach, würde ich sagen. Ja, kein Problem. Ich meine, ich habe gerade berichtet, dass Circle Quiz Corona hat und das kennt kein Schwein, ist doch egal. Wo hast du das gelesen? Der hat vor zwei Stunden ein Video hochgeladen. Oh Mann. Dann gute Besserung an dieser Stelle an, wie heißt der, Daniel? Ja, Daniel Hoff oder so. Der Sohn, ich dachte Krachten. Daniel Aminati. Ach, Krachten, Krachten hat sich ja komplett verbunkert, ne? Hatten wir das schon als Thema? Nee, keine Ahnung. Ey, wenn Herr Newstime jetzt raus ist, jetzt können wir über die ganzen kleinen, sinnlosen YouTuber-Geschichten erzählen, man. Großartig. Ey, wie geil. Wir übernehmen das Business. Ja, mach das, mach das einfach. Wir müssen News sammeln und dann sind wir, äh, wie nennen wir uns denn? Ähm, Herr Newstime 2. Herr Newstime 2. Ja, okay. Großartig. Äh, also, Christoph Krachten hat ja seinen Kanal Klickzoom, den hat er zwischendrin umgeändert. Also, früher war es so ein Interviewformat und jetzt ist es so Science-Fiction-Gelumpe. Ja, so Wissenschaftszeug, ne? Genau. Aber, er macht jetzt auch ein Tagebuch aus deiner Quarantäne. Er hat sich nämlich für ein Jahr Verpflegung besorgt. Hat auch, also, der Hintergrund ist, dass er älter ist und eine Lungenkrankheit hat, was ich übrigens in dem Sinne auch habe, also ich sollte mich vielleicht auch mehr verbunkern. Mhm, sag ich ja. Und hat sich jetzt in seinem Büro, was gleichzeitig eine Wohnung ist, komplett verbunkert, hat auch eine Art Schleuse errichtet. Wenn da Post reinkommt, kommt das erst in den ersten Kasten. Einen Tag später rutscht er das eins weiter und so geht das dann vier Tage, bis da definitiv kein, kein Virus mehr dran sein kann. Echt? Geht das so? Also, wirklich, wirklich extrem. Naja, weil halt in Laboren wurde getestet, dass das Virus irgendwie überstehen kann. In Laborverhältnissen natürlich, ne? Bei Laborbedingungen kannst du bis zu drei Tage auf Plastik überleben. Ach so. Ja. Also, liebe Leute, wenn ihr euch fragt, wer euer Klopapier gekauft hat und eure Nudeln, das war Christoph Krachten. Ja, ey, ich war jetzt auch, das war das letzte Mal noch nicht, als wir Brennpunkt gemacht haben, da war ich nicht draußen, ne? Jetzt war ich einmal draußen zum Einkaufen. Da ist ja Krieg da draußen. Ja, ist es. Das ist ja, das ist Krieg. Und ihr könnt mir nicht erzählen, jetzt, ich will das ja auch nicht, ich will ja keine Panik fördern, wir müssen ja alles sagen, wie es ist, ne? Aber da draußen ist Krieg! Nein, aber du kannst ja noch nicht erzählen, dass das, also jetzt mal angenommen, ja? In Thüringen ist es relativ entspannt, also kamt mal eure Tits, ja? Fahrt mal eure Hoten wieder ein Stück runter, alles ist gut. Aber wenn du einkaufen gehst, alleine die Kassierer, die fassen ja alles an, auch mit Handschuhen, ist ja egal, was vorher alle anderen Leute angefasst haben. Also du legst es ja aufs Band. So. Aber das bleibt ja an den Handschuhen haften erstmal, die ziehen die dann ja auch aus, nach Feierabend. Meinst du, dass das, wenn die dann vom Nächsten, der einkauft, das anfassen, dass das dann nicht irgendwie so ein bisschen da dran übergeht und dann an meinem Apfel klebt? Ja, du musst ihn abwaschen zu Hause, glaube ich, den Apfel. Aber ich bin ja gerade nicht in Weimar. Ja, dann muss ich ja alles abwaschen. Wir sind das gerade in Weimar. Dann muss ich ja alles abwaschen. Ach, du bist nicht in Weimar, bist schon geflohen. Ich bin schon geflohen ins Ausland und ich frage dich, wenn du einkaufen gehst, musst du da auch mit Einkaufswagen reingehen? Ja. Also ich war jetzt im Herkules, da ist so Absperrung und die Wegen werden immer desinfiziert. Das ist ganz unangenehm. Also da muss ich auch noch Beschwerde einreichen, denn meine Hände, die sind dann so glipschig, wenn ich da an den Wagen fasse. Aber die werden desinfiziert bei euch, ja? Ja. Bei euch nicht, oder was? Wo ich in Nämlichkeit bin, nicht. Ich war in so einem Diska, oder wie heißt das Lidl? Netto war ich, genau. Und da wurden die nicht desinfiziert. Ich musste diesen Einkaufswagen anfassen und da habe ich mich richtig eklig gefühlt. Wenn ich jetzt kein Corona habe, dann weiß ich auch nicht. Da draußen ist Krieg, Tino. Da draußen ist Krieg. Müssen wir heute doch eine 10 von 10 geben, wenn der Krieg los ist. Na, ich sag doch, unsere 10er-Skala, die bricht völlig auseinander. Wir müssen mindestens eine 20 geben in den nächsten Wochen. Ja. Wir schauen mal. Letzte Woche haben wir eine 9 gegeben. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass diese Woche, na gut, Boris Johnson und so, ich würde halt vielleicht, Spoiler, wieder zur 9 tendieren. Aber das werden wir dann am Ende genau besprechen. Ja, ich denke auch. Wir haben auch noch ein paar Themen hier. Ich wollte nur noch die kleine Anekdote erzählen, dass ich, ich war dann auch noch kurz im Nahkauf und da haben die tatsächlich so Plexiglasscheiben aufgestellt, wie ich es auch im Netz vorher schon gesehen habe. Und das ist so lächerlich. Also eigentlich ist es ja gut, aber so wie sie aufgestellt wurden, macht es keinen Sinn. Die sind nämlich zu weit links quasi, wenn du vor der Kasse stehst. Das heißt, die Leute kommen an der Kasse an, husten dir ins Gesicht als Mitarbeiter und dann sollst du aber dich vor das Plexiglass stellen und durch dieses kleine Fenster da das Geld reinlegen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Deswegen würde ich auch empfohlen, dass du kontaktlos zahlst. Ja. Was ich auch machen wollte bei Netto und ich musste aber meine Keimzahl eingeben. Ich habe quasi meine Karte drangehalten, dann hieß es Keimzahl eingeben. Da habe ich ja trotzdem dann meine Zahl eingegeben und habe nicht kontaktlos bezahlt. Ja. Und hast mit deinen Fingern da drauf gefasst. Er musste ich ja, das hätte ich ja nicht bezahlen können. Ekelhaft. Also liebe Leute, meintet mich lieber, ich habe bestimmt Corona, garantiert. Hey, hör auf, keine Panik, aber es ist eine ernste Sache. Ja, sage ich doch. Noch eine witzige Meldung ist, dass die AfD natürlich wieder die besten Vorschläge hat. Und zwar schicken sie jetzt die Studenten und Schüler, oder würden sie ja am liebsten, aufs Feld rausschicken als Erntehelfer. Bezahlt, aber trotzdem. Habe ich auch mitbekommen, ja. Das ist doch voll lächerlich. Da bist du auch nur dagegen, weil du ein faules Schwein bist, ne? Erstens das, aber ich muss auch sagen, ich bin ja kein Student mehr, ich bin ja jetzt ein richtiger Arbeitender. Aber trotzdem ist es eine dumme Idee, weil ja die Menschen, die Schülerinnen und Schüler, die müssen ja trotzdem Schulaufgaben machen. Die sitzen ja nicht zu Hause und machen nichts. Die kriegen ja an den Schulen Aufgaben und müssen trotzdem Sachen erarbeiten, Hausaufgaben machen und so weiter. Also ist das völlig sinnlos. Ja. Dann sollten mal die AfD-Abgeordneten, die sollen mal hier irgendwie aufs Feld und Spargel ernten. Wir haben gar nicht über die AfD und die Flügelauflösung gesprochen, ne? Das stimmt, das war letzte Woche schon Thema, oder? Ach, war das diese Woche? War diese Woche erst, ja. Ich verliere jedes Gefühl für Raum und Zeit. Ja, ich auch. Alter, es ist alles so finster. Es ist jeden Tag Sonntag, wie Farin Urlaub sagt. Das stimmt. Auch ein gutes Stichwort, aber kommen wir da gleich dazu. Farin Urlaub, behaltet euch das mal in den Hinterköpfen. Ja. Ich würde trotzdem noch ein ganz klein wenig über dieses komische, was ist das? Corinna? Ja, genau, Corinna. Und ich konnte es noch mal drüber sprechen. Die Spätfolgen sind nicht abzusehen. Und die Spätfolgen von der nächsten Meldung, die werden das Allerschlimmste sein. Und YouTube will seine Daten auch drosseln und die HD-Funktion einstellen. Ei. Das steht im Raum, Leute. Also ich bin es nicht alles gewohnt. Dann bricht die Welt zusammen, das kannst du aber wissen. Ich bin ja auf dem Dorf groß geworden damals und ich kenne es gar nicht anders, als dass ich ein YouTube-Video eh erst ewig vorladen lassen musste und dann nur auf 124 Pixeln das angucken konnte. Deine Armut widert mich an, Tino. Meine ehemalige Armut. Inzwischen bin ich ja ein steinreicher Schauspieler, Podcaster und gucke nur noch in HD, in Doppel-HD. Aber das ist schon scheiße. Also ich überlege gerade schon, ob ich da dieser Sache vorbeuge und einfach meine Videos auf 144p einfach nur rendere. Nee. Du musst mal an die Zukunft denken. Wenn dann Corona vorbei ist, dann wird ja wieder alles hochgedingst. Aber ich will doch meinen Teil beitragen. Ach so. Ich möchte die Welt besser machen, indem ich Videos hochlade, die schlechte Qualität haben. Oder lad einfach gar keine hoch. Nein, das wäre zu einfach. Ach so. Ja. Naja gut. Noch ein paar Meldungen. Ich mache es vielleicht mal im Schnelldurchlauf. Mach mal. Was auch gerade noch in Amerika abgeht. Also Joe Biden sieht kein Schwein. Der wird irgendwie gerade versteckt vor allen Kameras. Auch da sind wieder Gerüchte im Umlauf. Hat er Corona? Was ist da los? Dann kam jetzt wieder eine Anklage. Also nicht eine Anklage, nicht eine gerichterliche, sondern eine Frau kam jetzt wieder raus mit Oh, der hat mich sexuell belästigt. Der hat mich gegen eine Wand gedrückt. Ist unter meinen Rock gegangen. Hat daran rumpenetriert und hat gesagt, ich bin nichts wert. Solche Sachen stehen da gerade im Raum. Dementsprechend besser steht Bernie da, aber es juckt natürlich keinen, weil Joe Biden einfach die Namenserkennung hat. Oh, das ist doch der Homie von Osama, hätte ich jetzt fast gesagt. Oh Gott, oh Gott. Von Osama bin Laden, klar. Nein, aber Bernie Sanders hat eine geile Rede gehalten, die viral gegangen ist, wo er sich übrigens ausgekotzt hat, dass man die armen Leute jetzt so ausnimmt, weil im Raum stand, also die Republikaner wollten, es steht im Raum übrigens, warum ist denn da Amerika und England so uns voraus? Das kotzt mich gerade echt an, muss ich sagen. Also, Amerika gibt 1200 Dollar, so wie ich es verstanden habe, den Leuten in der Krisenzeit und es hieß, dass Leute, die vorher weniger verdient haben, als diese 1200, das nicht bekommen sollen. Und da hat sich Bernie Sanders halt ultra hart drüber aufgeregt, wie es denn sein kann. Oh, das wäre ja, das war ja so schlimm, wenn jetzt die Leute, die vorher nicht diese 1200, wenn die das jetzt mal bekommen würden und nein, wenn diese armen Menschen plötzlich Geld bekämen, das wäre ja so schlimm. Das geht gar nicht. Und das ist sehr viral gegangen. Und in England sind es tatsächlich 2000 Pfund, wenn ich es gerade nicht falsch im Kopf habe. Wo ist mein Geld, Tino? Das ist die Frage. Wo ist mein Geld? Ja, Merkel, wo ist unser Geld? Ich leide gerade auch, in Klammern, nein, also auf Twitch läuft es gerade so gut wie noch nie. Vielen Dank für den ganzen Support, Leute. Assi, Toni und Zahora und wie sie da gerade alle fleißig sind. Super sweet, danke. Da gab es auch in Deutschland eine Meldung, dass im Bundestag entschieden werden sollte, welchen Betrieben denn geholfen werden soll in der Corona-Krise. und die AfD stimmte gegen einen Vorschlag, auch den Betrieben Geld zu schicken, die kleiner als, weiß ich nicht, zehn Leute sind, also die ganz kleine Stimme, den wollten sie nicht helfen. Mit dem Kommentar, Leute, die in solchen Betrieben arbeiten und jemals AfD gewählt haben, merkt euch das bitte. Ja, richtig. Aber ich habe da eine ganz kontroverse Meinung, Tino. Erzähl mal. Bedingungsloses Grundeinkommen. Ach, hör auf, du Kommunist. Das ist gar nicht so eine kommunistische Idee. Aber egal, das haben wir auch schon lang und breit getreten. Müssen wir nicht nochmal sagen. Ich hau noch ein paar andere Sachen raus, die ich ganz witzig fand, wobei witzig ja natürlich nicht ganz ernst gemeint ist, liebe Radiohörer. Es ist eher komisch. Sagen wir komisch. Also es gab irgendwie in Italien einen Bürgermeister, der so ein bisschen durchgedreht ist, weil die Leute sich nicht an die Selbstisolation halten. Und auch hier, als ich draußen war, habe ich nicht wirklich davon was gemerkt und hat gesagt, wir werden die Polizei senden mit Flammenwerfern. Und die ganzen Rentnerinnen und Rentner wegballern. Ja. Ich meine, es erspart, es erspart dann das Begräbnis. Oh, gutes Stichwort, denn Italien hat jetzt keine Begräbnisse mehr. Dass es echt hat. Die werden ja verbrannt, ne, der Reihe nach. Also ich meine, es gibt keine Begräbniszeremonien mehr. Ja. Die Leute, die jetzt sterben, werden halt alleine begraben. Und ich glaube, eins der letzten Fotos, was ich dazu noch gesehen habe, war so eine Person, die so drei Meter vom Priester weg stand und dazwischen war so der Sarg von seiner Mutter. Ultra harte Bilder, die man da gerade sieht. Hätten die nicht so einen Livestream machen können, irgendwie, dass man auch so eine Live-Konferenz-Beerdigung macht? Über Skype? Ja. Könnte man machen. Die müssen kreativ sein jetzt zu Corona-Zeiten. Auch zur Trauer. Ich gucke mal kurz. Ich glaube, Italien, wie sieht es aus? Ja, die sterben ja aus, die Italiener. Ja, also die Sterberate geht tatsächlich noch nicht zurück, wenn diese Statistik hier korrekt ist. Also bald gibt es keine ordentliche Pizza mehr. In Deutschland schon, wir haben noch genug Ausländer. Zum Glück. Ja. Ich habe noch eine wichtige Corona-Meldung. Und wie du ja weißt, bin ich ein großer Wrestling-Fan. Und du weißt ja, dass diese Veranstaltung immer vor ganz viel Publikum ist. Und seit zwei Wochen finden diese Smackdown- und Raw-Events, die im Fernsehen ausgestrahlt werden, vor leerem Publikum statt. Das heißt, einfach nur in einer großen Halle, wo der Ring aufgebaut ist, aber kein Publikum da ist. Und das ist voll gruselig. Ist das nicht super awkward, auch für die Leute, die da vor Ort sind? Ja, ja, klar. Wenn das alleine so durch die Halle schallt jedes Mal, weil du was machst. Das Lustige ist, du hörst auch die Ring-Kommentatoren auf einmal so, die ja sonst eigentlich gar nicht hörbar sind für die Wrestler im Ring. Aber wenn die jetzt irgendwie rufen, irgendwie, oh, da kommt jemand von hinten, ringe ich da, pass auf. Das hört er ja jetzt eigentlich. Das macht es voll unrealistisch. Da kommt jemand von hinten. Da gibt es dann so Zweierkämpfe, wo dann aber, da gibt es, also ich habe ja früher auch Wrestling geguckt, da kamen ja dann immer so plötzlich random Leute dazu, die dann irgendjemanden verprügelt haben. Und die müssen jetzt Sicherheitsabstand halten, weil es dann eine Gruppe von zu vielen Leuten wäre, oder? Das ist auch so eine Frage, weil jetzt wäre ja eigentlich WrestleMania am 5. April, glaube ich, oder 4. April, was ja die Großveranstaltung ist vor Zehntausenden, Hunderttausenden von Leuten. Und damit haben sie jetzt entschlossen, es einfach aufzuzeichnen und die Kämpfe quasi, oder die Wrestler so wenig wie möglich zusammenzubringen, dass sie es ausstrahlen können. Und die ersten haben auch schon Corona, also Rey Mysterio, den du auch kennst, ist jetzt in Quarantäne. Oh, nein. Der große, kleine Rey Mysterio und der große Hauptkampf war auch abgesagt, weil der große Star Roman Reigns hatte eine Leukämie-Vergangenheit und der ist auch eine Risikogruppe und wird deswegen jetzt auch in Quarantäne bleiben und darf nicht kämpfen. Okay. Meine Güte, Tino. Wo soll das noch enden? Selbst Wrestling, ja? Es betrifft alles. Es ist euch denn nichts mehr heilig, ihr scheiß Viren? Es braucht quasi der Bill Goldberg einen neuen Gegner und ich weiß nicht, wer es sein soll. Warte mal, Bill Goldberg ist ja nicht auch langsam mal 60 oder so. Er kann es ja auch nicht mehr. Ich habe dir doch dieses Match mal gezeigt von Undertaker und ihm. Wo beide sich so fast umgebracht haben und wo kein Move geklappt hat. Fürchterlich, ey. Und beide kämpfen jetzt bei WrestleMania. Naja. Also ich habe noch zwei große Meldungen, die ich aber jetzt relativ schnell abhaken würde, weil wir reden so lange jetzt schon wieder über Corona, Corona, Corona. Zum einen hat Trump, aber das muss man so ein bisschen, kann man jetzt nicht sagen, Trump ist der Böse, aber es gibt ein Medikament oder einen Stoff, der in dem Ratsache, das Reinigungsmittel von Aquariumsäuberungsbla, irgendwie so eine bestimmte Zusammensetzung ist in einem Reinigungsmittel für Aquarien so. Und Trump hat gesagt, dass das da drin ist, weil das, also es wird auch in der Wissenschaft gerade diskutiert, ob dieser Stoff irgendwie hilft oder dass der irgendwie mildert, die Fälle mildert. Und da ist jetzt jemand dran gestorben, weil er dieses Reinigungsmittel getrunken hat. War zufällig auch ein Trump-Supporter, aber also ich fände es in dem Moment nicht ganz richtig zu sagen, Trump ist da jetzt direkt für schuldig, sage ich mal. Nee, es ist eher so die allgemeine Dummheit der Amis. Ja, auch. So, und eine andere Sache, Jeff Bezos, ja, den wir vor kurzem noch gelobt haben, weil er sich irgendwie für die Umwelt einsetzen wollte, der hat jetzt, der hat jetzt negativ PR geschrieben, denn der reichste Mann der Welt hat die, die Öffentlichkeit gefragt, für Amazon zu spenden, weil Amazon ja gerade auch am Leiden ist. Ey, die zahlen seit Jahren keine Steuern in Europa, die machen, die beuten ihre Arbeiter aus, jetzt wollen die auf einmal Geld haben. Ja. Ich meine, guck mal, was für uns zusammenbricht, wenn Amazon nicht mehr ist. Nee, ist ja richtig, also wenn sie dieses Geld benutzen würden, um ihre Auslieferer zu bezahlen, also besser zu bezahlen, dann gebe ich gerne ein bisschen Geld, aber nicht einfach, um dafür zu sorgen, dass die Manager immer noch ihre Millionen Geld haben bekommen. Aber das könnte ja auch, das könnte ja auch Jeff Bezos übernehmen, das Geld. Eigentlich schon. Theoretisch. Ist ja sein Unternehmen. Man muss natürlich dann irgendwie versuchen, da halbwegs fair zu sein, wenn man irgendwie sagt, okay, die Regierungen helfen den Unternehmen jetzt, wäre es irgendwie auch komisch, wenn er sagt, okay, euch helfe ich nicht, weil ihr habt einen reichen Typ an der Spitze, aber trotzdem, also ich verstehe schon, dass man das irgendwie ein bisschen komisch findet, wenn er sagt, ey, helft mir jetzt mal, obwohl ich hier, weißt du, Milliarden Euro, weißt du, wie viel das ist? Der Unterschied zwischen einer Million und einer Milliarde ist ungefähr eine Milliarde. Leute, es ist so unfassbar viel, es ist halt wirklich so fucking viel, naja. Mir würde schon eine halbe Milliarde reichen. Da gab es neulich so ein geiles Video, wo einer mit, ich glaube Reis war es, mit Reiskörnern darstellt, wie viel Geld Jeff Bezos hat. Es ist unfassbar. Das hätte ich gerne gesehen, tatsächlich. Und der hat ja nicht nur eine Milliarde, der hat ja 110 Milliarden oder noch mehr aktuell. Das ist doch echt krank, also er braucht kein Geld. Liebe Leute, schickt lieber euer Geld an brenn.internet, nicht mehr an Radio Lotte vorerst schicken, wir wissen nicht, wie es da weitergeht. Schickt es lieber an, äh, hast du eigentlich eine Fanpostadresse? Hatte ich mal, wollte ich eigentlich mal überprüfen, ob das noch aktuell ist. Aber ich habe eine, aber, na gut. Naja, also schickt es uns bei PayPal. Genau, PayPal 20 Dollar und wir reden über ein Thema eurer Wahl eine Stunde lang. Meistens ein bisschen länger. Meistens. Gut, und dann ein letztes, für mich sehr großes Thema, das zum Glück mittlerweile gut ausgegangen ist. Mein Bruder saß nämlich in Chile fest. In Chile? In Chile. Und Chile ist jetzt auch nicht das entspannteste Pflaster. Wir hatten das vor, oh, keine Ahnung, aber einige Monate, da hat das in Chile angefangen, weil die Kosten für öffentliche Transportmittel höher gegangen sind, haben Studenten angefangen zu protestieren und jetzt ist es darin resultiert, dass da eine Art Bürgerkriegzustand besonders in Santiago in der Hauptstadt ist. Und mein Bruder war halt gerade in Chile, war 1500 Kilometer nördlich von Santiago und saß da halt quasi in so einem kleinen Dorf in der Wüste. Keine Busse sind mehr gefahren. Er hatte kein Geld mehr, weil sie außerdem noch beklaut wurden. Das Smartphone war weg. Also sie hatten nur so ein ganz altes, ranziges Nokia dabei. Und ganz viel Geld war weg. Über PayPal ging auch das da noch halbwegs zu klären. Also man konnte dem Chef von dem kleinen Hotel, wo die waren, Geld schicken und der hat das dann quasi ausgezahlt. Ach cool. Also das ging noch, aber es gab halt nicht so die Möglichkeit, da wegzukommen. Und alle Flieger gingen nicht. Und jetzt sind sie quasi vorgestern auf gut Glück in die Hauptstadt, also nach Santiago gekommen, weil irgendwie ein Bus ist dann doch noch gefahren. Und in dem Moment hieß es zufällig gerade, ja, hier, also von Deutschland aus, Auswärtiges Amt meinte, wir schicken jetzt einen Flieger, der vermutlich letzte Flieger, schicken wir jetzt los und der holt alle Deutschen da raus. Ja. Und den hat er bekommen. Ach krass. Also es war halt echt super, super knappes Ding. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch ein Flieger geht. Weißt du, ob es gereicht hat, ob da noch mehr Deutsche sind? Das weiß ich nicht, nee. Und Chile ist scheinbar gerade auch erst am Anfang. Also ich sehe es schon auf der einen Seite als krasses Abenteuer so. Ich hätte vielleicht auch darüber nachgedacht, einfach da zwei, drei Monate zu bleiben. Aber das mit dem Geld ist natürlich ein bisschen ungeil. Aber auf der anderen Seite, Chile ist halt gerade erst am Anfang. Und man will vielleicht nicht in Chile sein. Ja, aktuell nicht. Man will vielleicht doch lieber in sowas in Deutschland sein. Es wird ja auch noch sehr tragisch werden in Afrika, aber hoffen wir das Beste, dass vielleicht die Europäer oder die Amis einen schnellen Impfstoff finden und den auch in Afrika weitergeben. Aber der Vorteil, in Afrika gibt es ja keine Risikogruppe, die so alt ist. Weißt du, die sind ja da viel jünger alle. Ja, aber trotzdem sind die doch eine Risikogruppe, oder? Da ist noch alles so dürre, haben so dicke Wasserbäuche. Ich glaube, die sind auch am Arsch. Ja, Tino, das war jetzt wieder so. Ich habe jetzt wieder Dinge gesagt, die man so nicht so sagt. Ach doch, Satire. Man hat das meint, als man sie sagt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Immer dieses Satire, nicht Satire. Danke, Radiolotte. Ich kenne jemanden, der sich mit Satire sehr gut auskennt. Das ist schön. Farin Urlaub, den hast du vorhin angesprochen. Ja, Farin Urlaub. Gehen wir jetzt mal weg von den ganzen bösen Corona-Themen. Die letzten 25 Minuten geht es jetzt darum, um alles andere. Es ist der Übergang. Es ist der Übergang. Denn natürlich hat diese Nachricht auch etwas mit Corona zu tun. Farin Urlaub von Die Ärzte hat mit der Band Die Ärzte ein neues Video veröffentlicht, einen neuen Song. Und der heißt Ein Lied für Jetzt. Ja, hast du mir gestern Nacht noch geschickt. Ich glaube, um halb eins oder so. Und ich habe mich sehr gefreut. Großartig. Es geht darum, dass sie auch zu Hause sitzen, sagen, aber Quarantäne ist gar nicht so schlimm, kündigen nebenbei nochmal random ihr Album an, sagen, hey, da kommt viel neuer Shit. Und es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Also ich habe mich da gestern Nacht richtig gefreut. Habe ich gleich allen geschickt, von denen ich wusste, dass sie sich darüber freuen. Und ich muss auch sagen, wenn ich es sehe, dass selbst die großen Ärzte, Bela, Farin, Rott, von dieser Corona-Krise betroffen sind und auch in Quarantäne sich befinden, ist es doch für unsere Eins auch nur halb so schlimm. Es wird für mich nur halb so schlimm, wenn ich auf dieses Konzert gehen darf. Wenn dieses Konzert ausfällt. Verschoben ist gerade so noch okay. Aber wenn da was dazwischen kommt. Wenn denen jetzt einfällt, auch sich anzustecken oder so, dann drehe ich durch. Oh. Ich dachte, okay, dann habe ich gar nicht gedacht, dass jetzt die drei auch irgendwie Corona kriegen könnten. Ja. Ich dachte eh, dass Farin Urlaub einfach sich verziehen wird. Sind auch nicht mehr die Jüngsten. Dass Farin Urlaub einfach irgendwo hinfliegt oder hinfährt, wo es keinen Corona gibt. Ja, ich glaube, in Deutschland ist es tatsächlich schon sehr gut zu sein gerade. Wenn man sich auch die Todeszahlen anguckt, sind die in Deutschland halt super gut. Und ja, da will man jetzt vielleicht nicht irgendwo in so einem Shit-Hole-Country sein, weißt du? Das stimmt auch. Also die Ärzte sind so... Aber ich finde es schön. Das ist ja auch schön, weil das Einzige, was uns in dieser schweren Zeit helfen kann, sind Ärzte. Ist so. Es passt wie die Faust aufs Auge. Das kann kein Zufall sein. Eine andere Sache, die uns helfen kann in dieser schweren, schweren Zeit, ist Videospiele spielen. Ja, schon. Tino, jetzt erklär uns doch mal ganz kurz, was Half-Life ist. Half-Life? Ja. Wie uns der Titel schon sagt, Half-Life bedeutet ja das halbe Leben. Ja. Das heißt, du spielst einen Charakter, welcher die zweite Hälfte seines Lebens sucht. Okay. Er ist quasi auch geteilt so in der Mitte von so längs quasi und sucht seine zweite Hälfte und kämpft sich durch viele halbe Welten, um dann die andere Hälfte in einem Paralleluniversum zu finden. Das mit dem Paralleluniversum war erstaunlich gut, aber der Rest, naja. So nah dran. Also, Half-Life. Du kennst ja Steam, oder? Klar kenn ich Steam. Steam ist quasi der Grund, warum ... Kennst du wirklich Steam nicht? Ja, klagelig Steam, hallo. Okay. Steam ist der Grund, warum es ewig kein neues Half-Life-Spiel gab. Half-Life ist entwickelt von Valve, kam 1999 auf den Markt und ist der Grund, warum Counter-Strike existiert. Denn Counter-Strike ist eine Mod von Half-Life 1. Ah, das weiß ich von dir sogar, das hast du mir mal erzählt. Genau, das heißt, also das ist wirklich ... Also, Videospielhistorisch gesehen ist das ultra bedeutend. Mhm. Und kam, wie gesagt, 1999. 2004 kam dann Half-Life 2 raus, fünf Jahre später. Und dann kam ewig nichts. Mhm. Ewig. Also wirklich. So. Und Half-Life 1 sowie Half-Life 2 haben einfach zu ihren jeweiligen Erscheinungsdaten so hart Maßstäbe gesetzt, was Ego-Shooter, was Videospiele angeht. Die hatten dann so kleine Physik-Rätsel zum Beispiel drin. Und ja, der Erfolg von Counter-Strike ist ja allen bekannt. Mhm. Und deswegen ist das so krass, ähm, dass es so ewig kein neues Half-Life gab. Aber der Grund, wie gesagt, ist einfach Steam. Dass Valve, die auch Steam gemacht haben, so erfolgreich damit sind, dass es quasi gar nicht den Bedarf gab, jetzt noch groß Videospiele zu machen. Die haben auch Portal gemacht zum Beispiel. Team Fortress, Left 4 Dead. Aber es gab nie dritte Teile zu diesen Spielen. Das ist auch so ein Meme. Es gibt immer eins, zwei, aber keinen dritten. Mhm. Und ... Jetzt ist es soweit, Tino. Half-Life 2. Half-Life 2. Nein, Half-Life Alyx. Ah. Im Grunde hast du recht mit Half-Life 2. Es gibt kein Half-Life 3. Es heißt Half-Life Alyx, aber es ist ein VR-Spiel. Also, wo du eine Brille aufhast. Das kenne ich, ja. Genau. Also, ist das jetzt quasi ein ... Ich erkläre es auch noch mal für die Radiohörer, falls wir denn welche haben sollten. Ist es eine Fortsetzung oder ein Prequel oder ... Oh, Prequel, Tino. Sehr gut. Hab ich gelernt. Es ist tatsächlich ein Prequel. Es spielt, glaube ich, zwischen Half-Life 1 und 2, wenn ich mich nicht täusche. Ich hab's noch nicht gespielt. Ich werd's auch voraussichtlich in der nächsten Zeit erst mal nicht spielen, weil ich nicht so eine Brille habe und weil's auch alles ganz schön teuer ist. Aber dann ist ja Prequel der falsche Ausdruck. Oder Prequel ist doch, wenn es vor einer Reihe spielt, Sequel nach einer Reihe und dann gibt's auch einen Begriff für mittendrin. Echt? Dann ist es ein Midquel. Ein Midquel quasi, ja. Ja. Es kann auch sein, dass es vor Half-Life 1 spielt, das weiß ich nicht genau, aber ich glaube nicht. Der Punkt ist, VR-Spiele waren bis jetzt immer nicht so geil. Hast du vielleicht auch mitbekommen, das sind halt eher so Tech-Demos und so kleine Spielereien. Ja, ja. Aber wo du sagst, okay, als Spiel taugt das jetzt nichts. Mhm. Aber Half-Life Alyx setzt mal wieder so hart Maßstäbe. Du kannst dir ja auch gerne mal ein bisschen Videomaterial davon anschauen. Das ist wirklich krass. Ja, auf jeden Fall. Es gab jetzt auch Leute, die das in der Corona-Zeit ausnutzen, irgendwie ein Mathe-Professor, der irgendwie innerhalb von Half-Life, weil du da halt wirklich alles, du kannst deine Hände sehen, du kannst da zum Beispiel Stinkefinger zu den Gegnern machen und so, du hast halt so spezielle Controller, dass du einzelne Finger auch bewegst und dann hat er innerhalb des Spiels an Fensterscheiben quasi mathematische Formeln dran geschrieben und so eine Vorlesung gehalten in dem Spiel. Das ist super absurd. Und also was mich ein bisschen stört, aber ich habe es halt nicht selber gespielt, deswegen kann ich es nicht einschätzen, du kannst halt nicht laufen in dem Spiel, sondern drückst immer nur so quasi nach vorne. Also du guckst irgendwie in eine Richtung, siehst dann so Fußspuren und drückst einen Knopf, um da dann hin zu zappen quasi. Das macht ja auch Sinn, sonst bräuchtest du ja irgendwie ein ganz großes Zimmer oder einen großen Raum, wo du dich bewegen könntest. Das ist richtig, aber ich kann mir vorstellen, dass sich das vielleicht ein bisschen seltsam anfühlt, aber alle, die es spielen, sagen, das ist so krass, alleine weil es halt auch sehr, sehr gute Grafik hat. Es gab bis jetzt kein VR-Spiel, was wirklich so gute Grafik hat und die Beleuchtung und alles. Also ich bin echt gehypt, ich würde es echt gerne mal testen, aber zum einen habe ich diese Dings nicht, das ist so eine spezielle VR-Brille, die du wohl nicht unbedingt brauchst, aber die es schon besser macht. Also ich sehe es halt in der aktuellen Zeit nicht, dass ich das demnächst spielen werde, aber ich hätte echt Bock. Also Half-Life 2 ist definitiv in meinen Top 10 aller Zeiten Videospiele der beste Ego-Shooter, den ich kenne. Ich hätte echt Bock. Dann musst du mehr Werbung machen für dein Patreon, dass ja die Menschen Geld spenden. Oder du brauchst ein neues, wie heißt das, Donation-Ziel. Ja, aber nein. Also wenn ich mir irgendwas spenden lasse, dann muss es irgendwas sein, was halt dem Output gut hilft und nicht irgendwie für mein Entertainment. Und du machst doch daraus sicherlich auch was wie Chatsplay mit Half-Life 1,5. Ja gut, das könnte man machen, aber da ist einfach das Investment zu hart. Also ich glaube, das Spiel an sich kostet nur 50 Euro, aber das Equipment dazu ist halt super teuer. Alleine das, also dieses Geld, kann man echt cleverer investieren. Aber die Frage ist doch, ob du sowas auch steuerlich absetzen kannst, du als Zwitscher. Das kann sein, aber also, ich weiß es nicht. Ich auch nicht, keine Ahnung. Nee, ich möchte, egal. Egal. Musst du in Ruhe drüber nachdenken. Nee, so, also Half-Life Alyx, guckt es euch gerne mal an. Super krass, ich hätte Bock. Und ich finde es schön, dass nach all dieser Zeit das Valve mal wieder geschafft hat, neue Maßstäbe zu setzen. Gratulation an Steam. Ja. Ein anderes Spiel, was gerade auch komplett durchgepeitscht wird, wo ich aber echt nicht verstehen kann, warum, ist Animal Crossing. Ja, das Spiel spielen gerade alle, ja. Das ist ultra heftig. Also so wie ich es mitbekomme, ist es einfach nur so ein Sims mit Farming Simulator und so. Also ich will es jetzt nicht schlecht reden, ich sage nur einfach, dass ich es nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber es ist wahrscheinlich einfach so ein Ersatzleben. Und deswegen ist es gerade im Hype. Ich habe das noch nie gespielt. Ich kenne so ein paar Screenshots und viele Storys von Freunden, die das gerade spielen. Aber ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ja, also es ist wohl wirklich so, Sims kennst du ja vermutlich. So ein bisschen, oh warte, Franz klingelt gerade. Lass uns Franz rein. Sag mal du kurz was. Also Sims habe ich ja echt exzessiv gespielt. So ist das hier, Ausnahmezustand im Brennpunkt. Da werden hier einfach Störgeräusche reingeballert. Du kannst ihn, du kannst ihn, Franz gerne von mir grüßen. Mache ich, wenn ich ihn sehe. Ich gehe nicht aus meinem Zimmer. Hier ist alles verseucht. Ja, besser ist das. Äh, Animal Crossing. Ja, also ich will es euch nicht schlecht reden. Ich sage nur, dass ich es nicht ganz nachvollziehen kann. Aber es ist wohl so ein bisschen, ja, du kannst halt Sachen anbauen und du hast eine ganze Stadt. Und da laufen halt Leute rum. Du kannst mit allen reden und so. Das ist alles ganz tolli, aber mein Spiel ist es wahrscheinlich einfach nicht. Nee, meins auch nicht. Das ist für die Switch, ne, oder? Ich glaube. Wir müssen noch auf unseren alten, in Anführungsstrichen, Freund zu sprechen kommen. Der große, der große, ähm, grausame Christchurch-Attentäter bekennt sich jetzt zum ersten Mal schuldig vor Gericht. Oh, stand das im Raum? Ja, ja, er hat das mal abgestritten, hat immer auf unschuldig plädiert. Hat gesagt, er hat das nicht gemacht, oder was? Ja, so eine Art. Gab, ist ja jetzt nicht so, als hätte es Beweismaterial gegeben oder so. Hätte ja auch ein Zwillingsbruder sein können oder einer, der ihn ähnlich sieht. Oder ein Fake, kann ja auch sein. Aber jetzt zum ersten Mal hat er vor Gericht ausgesagt, also quasi per Live-Schalte, die machen ja auch jetzt gerade nur Livestream-Gerichtsverfahren, dass er doch schuldig ist. Okay. Schön. Ja. Sitzt er dann immer in seiner Skype-Konferenz und sagt, wie bitte, Herr Richter? Ich habe das nicht verstanden. Die Verbindung ist gerade ganz schlecht. Ist gerade ganz schlecht. Die müssen das verschieben erst mal. Sorry. Ja. Ja, schön. Gut. Ich weiß zwar nicht jetzt, wie es dazu kam, aber schön, dass du das gemacht hast. Ja, ne? Also Gratulation für... Ah, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung, habe ich gehört. Ja, ich denke auch. Also man kann jetzt quasi, kann man jetzt ihm verzeihen, oder? Ja. Reden wir mal über ein ähnlich großes Desaster. Blümchen hat gegen Dagi Schlag den Star gemacht. Blümchen? Ja, Blümchen. Oh, die ist toll. Ja, aber die ist sehr, sehr gescheitert. Das hat richtig wehgetan. Also ich habe so einzelne Clips auf YouTube gesehen. Und gegen wen? Gegen Bibi? Ne, Dagi. Dagi B. Ich dachte echt früher, das sind die gleichen Personen. Ja, verständlich. Aber nein. Ich würde sagen, Dagi ist nicht ganz so, ganz so schlimm. Aber ich habe gestern gesehen, ich habe seit Ewigkeiten wieder Fernsehen geguckt, mal kurz. Und die machen ja auch jetzt ein völlig neues Programm, ne? Dass da jetzt irgendwie sämtliche Leute von zu Hause produzieren und dann irgendwie per Live-Schalte Talkshows machen. Ja. Ich sage dir, aus der Not eine Tugend machen. Ja. Das wird noch ganz viele gute Sachen mit sich bringen. Und wir haben das Blümchen und Dagi B. gemacht. Na, die waren schon in dem Studio. Die waren halt da irgendwie, es waren vielleicht insgesamt zehn Leute. Das Kamerateam war dann das Publikum. Die haben so Pappaufsteller noch aufgestellt. Dann hörst du halt manchmal so ganz leises Klatschen. Aber im Grunde hast du nur Elton und die beiden gesehen die ganze Zeit. Ach so. Ja, spannend. Aber es war ein absolutes Desaster. Blümchen hat sowas von gefällt. Ich glaube, bei Spiel 11 oder 12 war es dann schon vorbei. Die sind ja auch schon alt. Das hat mir wehgetan. Das hat mir wehgetan. Die sind ja auch schon älter als Dagi B, die Blümchen. Ja. Auch wenn sie nicht so aussieht. Ja. Naja. Das war auf jeden Fall so die Geschehnisse der letzten Zeit. Wild, wild, wild. Ich habe noch so ein paar kleine Meldungen. Und zwar kennst du die Twitcherin Emma Sweepless Bliss? Sagt mir gar nichts. Nein. Die wurde wohl jetzt gebannt aufgrund ihrer großen Brüste, behauptet sie auf Twitch. Okay. Sie trägt ganz gerne mal Outfits, die aber nicht sexy sind, aber einfach normale Outfits, die einfach schön sind und klebt sich sogar extra schon seit sieben Jahren. Da muss ich aber jetzt, muss ich für den Investigativjournalismus nochmal nachfragen. Wie hieß die genau? Ich muss da jetzt mal für Recherchegründe was gucken. Die heißt Sweepless, also S-W-E-B und dann L-I-S-S. Sweepless oder Sweepless, keine Ahnung. Ja. Und die meinte jetzt, also wurde jetzt gebannt von Twitch, temporär angeblich nur. Und behauptet, wenn sie kleinere Brüste hätte, wäre sie nicht für das Outfit gebannt worden. Okay. Nun, wenn ich da jetzt, also meine Recherche ergibt, da habe ich schon größere Okulyten auf Twitch gesehen. Ja, keine Frage. Und deswegen ist sie ja auch so angepisst, weil sie meint, dass sie sich immer benimmt auf YouTube. Wobei das eine Bild, was ich bei Google finde, ganz oben, ganz rechts, das ist schon sehr sexy. Behalt deine Meinung für dich. Oh, hier hat er aber, also hier sehe ich gerade so, wie nennt man den Ausschnitt, wo das so von oben so nach unten geht, so. Ja. Und dann in der Mitte so frei ist. Michelle Hunziger hatte das früher immer. Naja, so eine, so eine, so eine, so ein Scheidendekolleté irgendwie. Sieht aus wie eine Scheide. Ein Scheidendekolleté, das finde ich schön. Ja, würde ich so nennen. Mehr Frauen, mehr Frauen sollten ihre Scheide mit einem Dekolleté versinken. Also liebe Leute, googelt nicht Sweepless. Wir haben es für euch getan. Es lohnt sich nicht. Es sind nur große Brüste, die man sehen kann. Und googelt nicht Scheidendekolleté. Auf keinen Fall. Ihr könnt auf Pornhub gehen. Pornhub ist diese Woche richtig durch die Decke gegangen, weil alle geteilt haben, oh, schaut mal, schaut mal, kostenlos Premium und so. Und wenn du, wenn du dieses kostenlose Premium in Anspruch nimmst, musst du so einen Haken machen bei, äh, ich gelobe hiermit nicht rauszugehen oder nur ganz, ganz selten in den dringendsten Fällen. Also die machen Marketing richtig. Ich weiß halt nicht, was Pornhub Premium bedeutet. Ich auch nicht, aber alle reden darüber. Auch wir, guck. Also liebe Leute, kommentiert mal fleißig bei YouTube oder schreibt uns eine E-Mail oder sonst wo. Was kann man bei Pornhub Premium denn besser machen als ohne? Würde mich auch nicht interessieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt's da einfach Inhalte, die von Pornhub sind oder so. Also wie, wie Disney Plus eigene Inhalte erstellt. Ah, quasi, ja. Schöne Idee. Also behind the scenes. Wir müssen die Woche zusammenfassen, glaube ich. Müssen wir, ja. Also ich muss sagen, es ist einiges passiert. Abseits auch von Corona. Prinz, Prinz, Prinz Charles und Boris Johnson ist für mich halt schon ein hartes Ding. Aber ich würde nicht über die Neuen gehen. Nee. Ich würde eigentlich sogar auf 8,5 vielleicht runtergehen, weil es fühlt sich, ja, von mir aus, lass Neuen machen. Also Boris Johnson und Prinz Charles, für die würde ich die Neuen akzeptieren. Ich würde, ich würde eher auf 10 gehen, wenn jemand stirbt, jemand Bekanntes. Dann würde ich 9,5 sagen, Tino. Wir müssen, wir müssen auch Puffer lassen. Aber wenn es Farin Urlaub ist oder BLAB? Oh, fuck. Dann 9,9. Ach so. Ja. Ja, also 9 wäre okay. Okay. Gehen wir bei 9? Okay. Sagen wir 9. Ich bin dafür. Schön. Dann bin ich sehr gespannt, was jetzt die nächste Woche passiert. Ich weiß auch nicht, dass dieses Lied von die Ärzte, wie ich das interpretieren soll, eigentlich hatten die ja vorher schon wahrscheinlich Lieder fertig oder geschrieben oder so. Haben sie jetzt zusätzlich, weil sie halt jetzt zu Hause sitzen und nichts zu tun haben, machen sie jetzt dadurch quasi mehr Songs? Das wäre halt richtig nice. Also ich glaube, dass der Song jetzt auch schon vorher geschrieben worden ist. War halt ein Zufall, dass es so passt. Letztes Jahr, ja. War gerade günstig. Ja, keine Ahnung. Also ich hoffe, dass die jetzt in den nächsten Wochen vielleicht öfter solche Videos veröffentlichen und die Songs schon mal so anteasern. Damals Geräusch hatte doch so eine Tages- und eine Nachtseite. Ja. Vielleicht hat das neue Album dann so eine normale und eine Corona-Seite. Eine Quarantäne und eine Freiheitsseite. Ja. Das wäre geil. Würde mich sehr freuen, tatsächlich. Und da sind ganz viele Bonussongs dann drauf. Oh. Merkt man, dass wir Fans der Ärzte sind? Nein, gar nicht. Hast du mal in das Onkels-Album reingehört? Jetzt, wo du es sagst, ja. Also ich habe mir irgendwie zwei Lieder angehört vor einem Monat oder so. Vielleicht sollte ich da nochmal reinhören. Ich habe noch nicht reingehört, aber ich habe es vor. Ich habe noch nicht reingehört, aber ich habe es auch nicht vor. Damit habe ich jetzt gerechnet. Nee, nee, ich will mal reinhören, wie sie sich verändert haben. Ob der Russell vielleicht ein bisschen besser singt inzwischen. Oder ob er immer noch so rumkotzt. Ich würde sagen, der kotzt noch rum. Ich glaube nicht, dass das im Alter besser wird. Ja, wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist der durch seinen Gesang jetzt auch Risikogruppe. Weil er sein Innenleben so zerstört hat. Ich wünsche Kevin Russell kein Corona. Ich wünsche niemandem Corona. Niemandem. Mir muss, hier muss das alles so gesagt werden, wie es ist. Wir wünschen auch Radio Leute kein Corona. Wir haben es nicht so gemeint. Wir machen Satire. Und machen wir ab sofort nicht mehr. Ab sofort sind wir todernst. Ja. Wir dürfen auch jederzeit, also, nee, dürfen wir auch nicht. Wir dürfen nicht rein, aber wir wurden nicht rausgeschmissen. Aber der Burgraben, der ist halt mit, äh, mit Krokodilen gefüllt. Ja, und ich bin allergisch auf Krokodile. Ja, das ist ein großes Problem. Ja, also, wir werden euch auf dem Laufenden halten oder auch nicht. Vielleicht dürfen wir das auch gerade gar nicht, was wir hier sagen, dass wir hier interne Problemchen haben. Aber ich finde, in Zeiten der Krise bedarf es der Transparenz, ja? Ja, wir sind der Transparenz. Um auch nicht die Panik der Zuschauer zu schüren. Wir sind der transparente Podcast und es geht alle was an, weil der Podcast euch eingehört, liebe Leute. Ja. Wir sind der erste kommunistische Podcast. Ja, was machen? Wir verteilen uns. Was machen die denn ohne uns? Wir verteilen uns überall in der Stadt. Wir husten überall unseren Podcast hin. Aber was machen die denn ohne uns jetzt? Sonntags um 8 oder 18 Uhr? Ja, weiß ich nicht. Einfach so einen durchgehenden Piepton senden wahrscheinlich. Hat wahrscheinlich mehr Gehalt als unsere Sendung. Vermutlich. Naja, Tino, es war sehr schön, auch wenn hier gerade echt Ausnahmezustand ist und dieses übers Telefon, da ist man immer nicht so, ich weiß nicht, da fehlt so ein bisschen die persönliche Ebene, weißt du? Da ist man auch irgendwie da nicht so schlagfertig. Das stimmt. Weißt du, ich brauche halt auch dieses kleine bisschen Würgereflex, was ich halt immer habe, wenn ich dich sehe und das fehlt mir jetzt. Ich brauche auch deinen starken Geruch. Ja. Damit ich richtig abkotzen kann. Ich hoffe, das ist bald vorbei. Ja, ich hoffe auch, dass wir uns wiedersehen können, dass wir uns in die Augen schauen können und uns sagen können, dass wir uns lieben. Ja. Aber wen wir auch lieben, das sind unsere Zuhörer. Ja. Ohne euch gäbe es keinen Brennpunkt. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Unterstützung durch Brennpunkthörerwunsch. Demnächst kommt wieder einer. Ja. Bleibt gesund. Guckt euch auch noch von mir in den Augen. Bleibt zu Hause, supportet eure originalen Bands, eure YouTuber, die euch gerne guckt. Übrigens, schönes Lied, was du gemacht hast. Danke. Ein großer Ohrwurm. Deswegen hat man vieles. Danke. Danke. Danke.